also dieser baum ist bestimmt 200 300 jahre alt und deshalb finde ich das traurig ich als mensch der von den bäumen und wäldern und pflanzen profitiere dass ich die einfach zerstören möchte rücksichtslos wegen dem braunkohle das ist richtig richtig rücksichtslos das ist eine diese großkonzerne haben so eine denkweise wie aus den 60er 70er sollten eigentlich aus dieser ideologie rausgehen und mehr auf die zukunft schauen und die energien aus sonne wind und wasser gewinnen und ich liebe bäume über alles weil ohne die würde ich gar nicht atmen ich glaube auch als baum dass sie mir zuhören können also es ist auch lebewesen wie tiere und menschen die hören bestimmt zu darum möchte ich mich auch entschuldigen ich möchte mich entschuldigen im namen der menschheit was sie dir anrichten da in hamba haben hambacher forst und bitte gibt uns weiter sauerstoff